Wow, hast du das gerade gesehen? Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von Need for Speed Most Moranty 2012 zusammen mit dem Win. Hi! Wir sind wieder am Start und ich habe extra eine Speedlist vorbereitet. Hier, Driftlist. Los, ah! Aua, Aua. Ja, 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 das habe ich gesehen. Na los, komm. Aua. Ja, Leute, wir nehmen jetzt gerade auf. Es ist gerade 18.07 Uhr und um 19.30 Uhr, ist die Besprechung für das neue Projekt. Und um 20 Uhr geht dann der Livestream los, aber dieses Video wird viel später kommen auf dem Kanal, aber damit du wirst, dass wir das jetzt gerade haben, also es ist gerade echt ein geiler Tag. Und na ja, da dachte ich einfach mal, komm, ich nehme mal wieder mit dem Win auf und da hängt schon wieder hinterher. Was ist das los, Mann? Was ist das los, Mann? Du kriegst kein Geld oder was? Ha! Man, man, Mann! Wow, wow! Wow, 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 wow! Wir müssen rumdrehen. Ehm, wir müssen rumdrehen. Hierher, komm! Ah, ja, das ist immer auf den Weg. er muss es wissen abtrennen aber hier durch wir kennen die Ecke ich hab's trüftren genannt weil die hauptsächlich ich sagte einst du hast hier öfters die Schoß die im Fernland wieder kennenzulernen reichlich aber nicht diesmal und die gleiche ich verstehe es einfach nicht so wohl gefallen es ist auch wenn wir die Bauern gefahren es ist die Schüssel oder sie sind hier nicht die angeburts da dabei alle über die Sitz zurück Ui, oh man. So, jetzt. Ich hab's fast geschafft. Oh man. Dieser Tod ist so unnötig. Also, das Auto hier ist einfach so schnell, deshalb fliegt man hier raus. Und mit dem anderen passiert ist mir halt... Oh man. Ich bin jetzt gerade irgendwo gelandet, da wo du mit der Ui geholt. Das würde ich so nicht sagen. Ich denke mal, du hast vor mir durchgehabt. Ja, aber no story. Dann hab ich nicht. Jetzt hast du den Wagen natürlich Sachen freigeschaltet. Ich hab' noch gar nichts freigeschaltet über den Wagen. Ja, aber hat es was damit zu? Deswegen geht's auch schneller. Ich hab' hier aber weggebotzt, dass er die Zeit nicht muss. Ich hab' den Haken für jetzt ... Und was dachte ... denn jetzt ist das nicht ... Oh Gott, aber! Der ist ja ... Ich hab' den Haken für den Haken für den Haken gemacht. Junge, verpust dich. Hat sie auch zerstört? Und bist du von meiner Nase gegangen? Hat sie auch zerstört? Nee, schade. Na? Nee, hab dann nicht. Du bist jetzt. Ja, du hast das extra gemacht oder was? Ja. So eine. Ich fühl echt, ich bin ein Pferdfahrer. Ich mach so was mit. Hol ich damit nur ausbremsen. Du brauchst es nicht machen, weil ich bremst mich schon selber aus. Ja, hab ich gerade auch irgendwie gemacht. Ey, ich hole dich hier ein ohne Nito. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ich brauch hier ab und zu mal ein bisschen. Oh Mann, ich brauch dauernd Unfall. Jetzt komm ich hier nicht weg, Mann. Ah, da vorne bist du ja. Wow, fein. Wie dir gerade auch so ausgesehen. Uh. Mann, ich verlieh noch Kontroll über den Garten. Komm, ich bin echt ein guter Mensch und fairer. Deshalb warte ich ein bisschen. Also, ich lass mich rollen. Warte auch weiter. Warte, du bist noch eine Kurve, dann gebe ich Gas. Das macht ja keinen Spaß, wenn ich keinen habe, der die ganze Zeit hinter mir ist. Oh, ich baue hier Unfall. Guck, ob du mich jetzt kriegst. Glaubst? Ja, das ist schon irgendwie. Oh, der war unabsichtlich. Oh mein Gott. Ich zeig dir gleich nach dem Rennen, wie man den modifiziert, Mann. Ja, aber ich hab schon geguckt, ich hab noch gar nichts freigeschaltet. Hätte nichts machen können. Dann fahr den mal im Online-Modus und fahr mal ein paar Rennen. Nee, komm. Ich bin allein nur mit dir. Na, wieso schaltest du auch Sachen frei hier? Boah, wie weit? Das ist die Strecke. Ich glaube, ich gewinn das noch. Oder? Scheiße, hier bin ich vorbei gefahren. Würdest du ganz kurz warten? Ich hab auch immer gewartet. Ich bin 10 Meter vorm Tessier. Ja, und ich warte hier. Ich bin in diesem Tag vorbei gefahren. Okay, du kannst fahren. Du auch? ich habe mich gegen die wald gedriftet das ist dasselbe wie am anfang einfach nur damit du besser wirst erst mal auf der falschen Seite wo bleibst du denn so stück ganz bestimmt das ist ein Problem ich konnte fahren oh man ich hasse diese Ecke immer guck mal wie ich fahre das warst du Mann aber ich habe nichts gemacht ich habe mich zu selber runter gefahren ja ich weiß hast du noch extra gebremst? ich habe extra so eine Bremsgefahr gemacht Gefahren irgendjemand Bremsgefahr sag kein Falle du hast eine Bremsgefahr gemacht oh Mann ich hätte vergessen wie das heißt Gefahrenbremsen hat nicht funktioniert also nächstes mal einfach durchfahren kannst du auch mit Fahrlehrer sagen oder? nächstes mal einfach durchfahren das funktioniert nicht hm letzte Runde und zack und zack und zack alle hast du es grad gesehen ey ich lag schon fast auf der Seite mit dem Auto ich bin gleich im Ziel Mann lol jetzt habe ich einen Unfall gebaut goddammit mit dem Auto mit dem Auto mit dem Auto ich bin gleich mit dem Auto Höhe ich kenne mich ich auch kein und ich spiele es zurzeit auch nicht mehr so ein erster platz okay ich habe 14.000 11.000 okay perfekt also leute ich würde sagen wir hier das video wenn es euch gefallen hat gibt und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder macht's gut und tschau